Ich war viel mit dem Velo unterwegs, den Küsten entlang, ins Landesinneren, habe ich mich nicht getraut, weil da ist es steil aufwärts gegangen. Bei so einer Ausfahrt, den Küsten entlang, habe ich dann entdeckt, dass es auf der anderen Seite des Flusses einen nudisten Strand hat. Es war herrlich, in einer dieser Schilfnischen, windgeschützt, viel Blut in der Sonne zu liegen, was erstaunlich warm war. Es war doch Anfang Dezember unterdessen. Ich war praktisch auch allein. Es gab nur ganz wenige Leute. Und das habe ich genossen. Einerseits, andererseits wurde mir gerade in solchen Situationen, die so schön waren, immer wieder schmerzlich bewusst, wie sehr mir Elias fehlt. Es ist so in Wellen gekommen und ich habe langsam gewusst, dass die auch wieder abheben und bin ganz zufrieden gewesen mit dem, so wie es ist. Aber es hat nicht viel gebraucht, um schmerzlich an ihn erinnern zu werden. Der Elias ist ein silbergrauer Minivan gefahren, der praktisch in der gleichen Form sowohl von der Citroën, der Peugeot, aber auch dem Renault es gibt. Und silbergrau scheint eindeutig die beliebteste Farbe zu sein für diesen Typen Auto. Auf jeden Fall ist mir als Scheissspot, wenn ich unterwegs war, so ein Auto ins Auge gestochen. Und ich habe mir sagen müssen, dass es Blödsinn sei, zu schauen, wer drin sitze, weil Elias war ja 2000 Kilometer weit weg und konnte kaum einfach so um die nächste Ecke fahren. Aber einen kleinen Stich hätte es mir doch jedes Mal ins Herz gegeben. Und ich habe mich bemühen, nicht in trübe Gedanken zu verfallen und habe versucht, mich auf etwas anderes zu konzentrieren. Wir hatten regelmässig Mail-Kontakt. Manchmal war das schön, manchmal aber auch furchtbar schwierig, weil es meine Sehnsucht nach ihm nur noch verstärkt hat. Und ich habe doch eigentlich gehofft, mit so viel räumlicher und zeitlicher Distanz flauert dann endlich das Gefühl schon ein bisschen ab. Und eine schöne Mail von ihm hat sofort alles wieder verstärkt, anstatt dass es langsam vorbei gegangen wäre. Und ich habe vor lauter Traurigkeit und Heiweh nachdem in der schönen Situation gar nicht mehr recht geniessen können. Ich habe mich tagelang depressiv in meinem Wohnmobil verkrochen, bis ich dann vom Hungertreiben doch wieder raus und unter die Menschen bin. Auf dem Camping bin ich in Kontakt gekommen mit einem jüngeren englischen Pärli. Die beiden waren so offen und interessiert, dass ich mich mit ihnen befreundet habe und wir ab und zu miteinander essen gingen. Einmal haben wir miteinander sogar eine ganzdäckige Velotour unternahm, dieser herrlichen Küste entlang, bis in die nächste grössere Ortschaft. Das Pärli war es dann auch, das indiskreterweise das Geheimnis um die Doris gelüftet hat. Ob ich gewusst hätte, dass die Doris einen umgebauten Mann hätte, wollten sie wissen. Nein, habe ich nicht. Ob sie denn das von der Doris selber wissen, habe ich ganz erstaunt zurückgefragt. Und weil ich mir beim besten Willen nicht vorstellen konnte, dass die zurückhaltende, fast abweisende Doris das einfach so preisgeben haben soll. Nein, haben sie gelacht. Den ganzen Campingplatz spreche ich doch davon. Das hat mich einerseits befremdet, andererseits habe ich gemerkt, dass ich das auch ganz gut finde, das jetzt zu wissen. Als ich wieder einmal eine schwierige Mail von Elias bekommen habe und ganz verkrugelt an einem Morgen mit einem Kaffeetasschen und einer obligaten Morgenzigarette vor meinem Camper gesessen bin, ist die Doris mit einem vollen Abfallsack zu ihrem Zelt rausgestürmt und ich habe sie wie jeden Morgen begrüsst. Sie hat die Situation blitzschnell erfasst und ihrem Hamburger Dialekt rausgesonoret. Na, Junge, bist heute Nacht in eine Betonwischmaschine gefallen. Erfrischend ist der trockene Humor bei mir angekommen. Nein, habe ich lachen müssen. Und die Gelegenheit benutzt, die Situation zu klären. Eine schwierige Mail von meinem Freund aus der Schweiz, das hat auch gereicht, habe ich zurückgegeben. Sie hat nicht sichtlich reagiert. Aber als sie zurückgekommen ist vom Container, hat sie mich zum ersten Mal, seit wir uns begegnet sind, von sich aus angesprochen. Ob ich dann schon etwas gegessen habe? Ich soll doch rüberkommen. Ein trockenes Brot und ein Glas Wasser haben es schon noch für mich. Ist ja nicht gesund, so in einem leeren Magen zu rauchen. Also, ausser Wasser und Brot hat es noch Käse, Schinken, Eier und Leberwurst gegeben. Und wir haben einander aus unserem Leben angefangen zu erzählen. Gisela, Doris, ihre Frau, war dabei. Und hat ab und zu eine spitzige Bemerkung zwischendrin gestreut. So im Stil von, ja, die Doris tut immer so ganz wie bei einem alten Ehepaar. Und das sind sie offensichtlich auch gewesen. Das Besondere, so habe ich erfahren, ist gewesen, dass sie seinerzeit als Mann und Frau geheiratet haben. Doris ist eine grosse, kräftige Person und hat früher als Lastwagenchauffeur und Baggerführer gearbeitet. Sie habe sich aber nie gewohlgefühlt in den Männerrollen und immer wieder in der Freizeit Frauenkleider angelegt. Gisela hat sie kennengelernt nach ihrer Scheidung der ersten Ehe, wo sie auch zwei Kinder daraus hatte. Gisela hat von Anfang an immer Verständnis gezeigt für sie. Und sie hat dann auch während dem ganzen Umwandlungsprozess immer wieder Doris unterstützt und 600 gestanden. Tja, wenn die Doris was im Kopf hat, dann kann man da nichts machen. Das ist auch heute noch so, hat Gisela trocken kommentiert. Sie lässt mich nicht einmal mehr die Wäsche aufhängen, obwohl ich das doch kann. Dann hat sie unter einem ständigen Kommentar, so lass das doch von Doris, ein bisschen trotzig angefangen das Geschirr abräumen. Und wo Doris und ich alleine waren, hat Doris mir anvertraut, Gisela hat mir auch Alzheimer gegeben. Und manchmal finde ich, sie sind sich nicht einmal mehr auf dem Camping zurecht. Aber sie hat ihr so viel geholfen und sie fühle sich halt jetzt auch verpflichtet, für sie da zu sein, wo sie es nötig hätte. Es hat mich tief berührt, so viel Solidarität zwischen zwei Menschen zu erleben. Und ich habe sie richtig gerne bekommen. So viel guter Charakter, so eigenwillig verpackt in diesen beiden. Jetzt doch schon weit über 70-jährige Frauen, die anscheinend schon seit Jahren mit ihrem altertümlichen Wohnmobil wie Zugvögel am Sonnenlauf folgen. Dann sind die Festtage in die Nähe gekommen. Ich habe mir vorgenommen, am Neujahrstag zurückzufahren. Das waren wahrscheinlich die traurigsten Weihnachten in meinem Leben. Bei 20 Grad im Schatten, die Weihnachtsstimmung, konnte man nicht so recht aufkommen auf dem Campingplatz. Natürlich gab es Abitüse, die ihre Wohnwagen und das Vorzelt mit bunten Lämpchen geschmückt haben. Sogar ein belämpeltes Drahtrenntier, das geblinkt hatte, hatte es. Den Schlitten haben sie aber wahrscheinlich wegen Schneemangel zu Hause gelassen. Aber kein Zwiegchen weit und breit. Und das mit den Palmblättern wäre ja dann erst am Palmsonntag, wenn es aus dem Jesulein ein voll ausgewachsener Mann mit Bart und allem Drum und Dran geworden ist, beim Einzug auf dem Esel in Jerusalem fällig gewesen. Doris und Gisela haben sich meiner erbarmt und mich am Heiligabend in ihren Wohnwagen eingeladen, um via Satellit das deutsche Anti-Wiennachts-Programm zu schauen. Eine Unterhaltungssendung, die peinlichst jede Anspielung auf die stille und heilige Nacht vermieden worden ist. Für die Allergiker, die schon bei einer 100'000-fach homöopathisch verschüttelten Dosis Weihnachten mit Wirkgefühl und Atemnot zu kämpfen gehabt hätten. Sauber war diese Show, nicht auch du, aber doch fröhlich und unbeschwert bis zur Schmerzgrenze. Ganz benommen vom Dosenbier und gefüllt mit den letzten Knackwürstchen aus der Dosen habe ich mich dankbar verabschiedet, bin ich mein Wohnmobil übergeschlichen und habe gar nicht mehr gewusst, warum es mir so schlecht geht, wegen der Dosenwürstchen, der seichten Unterhaltungssendung, dem krampfhaft verdrängten Jesulein im Krippli oder weil mir der Elias und er erst recht meine Familie gefehlt hat. Wahrscheinlich war es eine zweimal durch den Fleischwolf drehte Mischung von allem, wo man wie ein Stein auf der Seele und auf dem Magen gelegen ist. Zwischen der Weihnachten und dem Neujahr bin ich viel Velo fahren. Die Sonne war immer noch so stark, dass wir am Nachmittag an windgeschützten Plätzchen zwischen dem Schilf ohne weiteres blütteln konnte. Und das habe ich dann auch gemacht. Aber es hatte einen fahlen Beigeschmack. Eigentlich wäre mir jetzt eine verschneite Vollmondnacht mit glitzerndem Schnee und funkelnden Sternchen lieber gewesen, als die fahle Sonne, die alles unbarmherzig grell beleuchtet hat. Wie mir entwurzelt und fremd und einsam vorkam in dieser Situation. Dann ist der Silfester geworden. Ich habe mit Doris, Gisela und dem englischen jungen Pärchen abgemacht, dass wir den Jahreswechsel zusammen feiern wollten. In der Bar von Christa. Einer drahtigen Zeichen Deutschen in den 50ern mit einem herben Galgenhumor. Dort sind wir etwa noch mal eins trinken, weil Doris erzählt hat, sie hat uns nicht leicht. Die Gäste werden seit ein paar Jahren immer weniger wie überall in Torre. Es seien halt vorwiegend ältere Leute gewesen, die sich da unten an der Wärme ein günstiges Winterquartier gesucht hätten. Jetzt stichen ganz viele Appartements das ganze Jahr leer. Früher seien am Abend die Strassen pumpenvoll gewesen von Touristen. Jetzt seien es immer weniger Bars und Restaurants. Die Strassen sterben langsam aus. Wir fünf sind dann auch tatsächlich vor der Zähne an die einzigen Gäste gewesen. Die Christa hat sich rührend Mühe gegeben, dass es uns wohl war. Sie hat kleine Häppchen, Tapas, sagt man denen, zum Trinken gereicht. Und das haben wir reichlich. Es war eine schöne Stimmung zwischen uns. Ich habe den Dolmetscher gespielt und fleissig übersetzt, damit die jungen englischen Leute mit Doris und Gisela berichten konnten. Und wir haben viel gelacht über Missverständnisse, die es gegeben hat, wenn der eine oder andere mal gemeint hat, er hätte ich jetzt schon direkt verstanden. In der Feuchtfröhlichkeit hinein haben wir dann am zwei Minuten vor zwölf Uhr noch Zektkorken knallen lassen und wir haben uns alles Erdenkliche zum neuen Jahr angewünscht und einander umarmt. Die Christa hat mit meinem Handy ein Gruppenfoto von uns gemacht, das ich an Elias per MMS in die Schweiz geschickt habe. Prompt kam dann auch ein Foto zurück von einer farbenprächtigen Disco, in der man darauf Elias und seine beiden Kinder am Vieren gesehen hat. Es hat wohl wehtan, das Konterfeiz zu sehen. Und ich habe mich gefragt, ob sich das für ihn auch so angefühlt hat. Auf jeden Fall sind noch ein paar herzliche Worte und gute Wünsche dabei gewesen. Wir mussten uns alle aneinander halten, wo wir durch die menschenleeren schwankenden Strassenhaushalt zugetrocknet sind. Auf dem Campingplatz haben wir uns verabschiedet. Und ich wollte gerade in meinem Camper verschwinden, wo ich «so ein Tag, so wunderschön wie heute» gehört habe aus dem grossen Zelt, vom Nachbargrundstück. Ich habe mich daran erinnert, dass es Glück bringe, allen Menschen, die mir im neuen Jahr begegnen, ein gutes Neues anzuwünschen. Und ich habe mir innerlich einen Ruck gegeben, so, dass es rechtsumkehrt gemacht hat, habe meine rot-weisse Barriere, die ich gegen Wein und Bierseligkeit habe, auf die Seite geschoben. Schliesslich war ich auch nicht mehr gerade nüchtern. Mutig bin ich in einer Zickzacklinie geradewegs auf das Vorzelt zu, habe die Blache zum Eingang auf die Seite geschoben, meinen Kopf hineingeholt und tapfer ein gutes Neues hineingerüft. Die Köpfe und die Augen von etwa 20 deutschen Pensionärer und Pensionärinnen haben sich in meine Richtung gedreht und ein fröhliches Danke gleichfalls ist zurückgekommen. Ich soll doch hineinkommen und mit ihnen anstossen. Ich habe die Zeltstange losgelassen und bin glücklich auf einem Stuhl gelandet, der noch frei war. Schon habe ich ein Sektglas in der Hand gehabt und umgeprostet. Die Gastgeberin wollte mir sofort nachschenken. Da habe ich herausgebracht, sie riskiere aber, dass ich dann die Wahrheit sage. Ein allgemeines Gelächter ist losgegangen und irgendwoher ist die Bemerkung gekommen, die wissen sie ja schon lange. Ich habe einen Freund in der Schweiz und fahre morgen zu ihm zurück. Bang, der ist gesessen. Ah ja, wie konnte ich annehmen, dass jeder Frau auf dem Gamping über Doris Bescheid weiss und über mich nicht. Ich habe erleichtert aufgelacht und schon sind die Geschichten im Raum gewesen. Von so netten Schwulen, die wir schon mal getroffen haben auf einem Zeltplatz. Mit einigen sind wir sogar richtig befreundet. Ich habe geklebt, bin ich inmitten in Wohlwollen und Zuwendung gewesen. Und habe es genossen, habe drin gebadet, wie eine Ente, die im Teich herumschwadert und mit den Flügel das köstliche Nass auf dem Gefieder verteilt. Es war schon früh am Morgen, wo sich die Schar aufgelöst hat. Und ganz anders als am Heiligabend bin ich zufrieden und wohlig in meinem Bett gelandet und habe die Welt, wo immer noch leicht geschwankt hat, und vor allem die Menschen darauf gar nicht mehr so schrecklich gefunden. Gar nicht verkatert, bin ich am nächsten Morgen recht früh schon wach gewesen. Doris meinte, mit diesem Alkoholgehalt im Blut kann ich unmöglich schon auf die Reise. Und sie hat doch tatsächlich einen Alkoholteströhrchen vorgehalten und mich genötigte, hineinzublasen. Das sei ein wichtiger Reisebegleiter, wenn man mit einem Wohnmobil unterwegs sei, hat sie gemeint. Wo das Ding dann keinerlei verdächtige Werte angezeigt hat, hat sie mich doch gelassen. Ich habe meine Sachen zusammengeräumt, das Elektrovälo in der Garage des Camper verstaut und sie hat mich herausgewiesen. Vom Motorgeräusch aufgescheucht sind einige zu ihren Vorzelten ausgekommen. Und es hat einen richtig grossen Bahnhof gegeben. Alle haben mir eine gute Reise und alles noch so erdenkliche Gute gewünscht. Eine gute Heireise und Glück mit meinem Freund. Und dann habe ich diese 2000 Kilometer unter die Räder genommen. Ich habe damit gerechnet, in etwa drei Tagen zu Hause zu sein. Es waren gemüschte Gefühle, die ich auf der Heireise hatte. Einerseits habe ich mich darauf gefreut, Elias wieder zu sehen. Andererseits war ich verunsichert. Es sind mir ganz viele verschiedene Gedanken durch den Kopf. Ich habe mich also Wohnmobile ursprünglich gekauft, weil mir die Wohnung an der Sonnenfeldstrasse gekündigt worden ist, weil das Haus total renoviert wird und alle Mieter haben rausgekommen. Gewünscht hätte ich mir eine Arbeits- und Wohngemeinschaft irgendwo auf dem Land, in einem Bauernhaus mit anderen Menschen zusammen. Wäre sogar bereit gewesen, den Weg ins Ausland zu ziehen und sogar die Beziehung zum Elias aufzugeben. Und da unten habe ich gemerkt, dass ich einfach nicht loskomme. Auch wenn ich noch so weit weg bin und wir uns lange Zeit nicht gesehen haben. Der Elias war immer in meinen Gedanken und Gefühlen. Es ist mir einfach nicht gelungen, ihn zu vergessen, zu machen, dass er mir egal ist. Ich kam mir total gefangen vor in dieser Beziehung. Nicht, dass der Elias daran geschuld gewesen wäre. Nein, in mir selber war etwas, das einfach nicht loslässt. Das heisst, ich bin in eine unsichere Zukunft nach Hause gefahren. In eine gekündigte Wohnung und in die Nähe eines Elias, der immer wieder total unzufrieden war mit seiner Situation und offensichtlich auch immer wieder zünftig zweifelte hat, ob das richtig und sinnvoll sei, was wir da miteinander anstellen. Selber auch immer wieder probiert hat, von mir loszukommen, immer wieder Abstand genommen hat und ganz sich auf sich selber gestellt hat wollen. Es war alles anderen als klar, wie es weitergehen soll. Am Elias nicht und wie ich meine Wohnsituation lösen könnte, auch nicht. Ich wollte nicht einfach wieder in eine Ein- oder Zweizimmerwohnung umziehen, um dort zu warten, ob und wenn Elias Zeit und Lust hat, mich zu sehen. Und zum Elias zu zügeln, ist schon gar nicht in Frage gekommen. Dazu war die Beziehung zu unklar und zu spannungsgeladen. Das, was ich auf meiner Reise in den beiden Kommunen von Longamay, im Jura und in Südfrankreich erlebt habe, hat mich auch nicht angemacht. Und als Pensionär auf einem Gamping in Südspanien langsam zu vertrotteln, ist auch keine anmechelige Aussicht gewesen. Mit meinem Wohnmobil weiter dagegen zu zügeln, auf der Suche nach etwas, was es möglicherweise gar nicht gibt, auch nicht. Also bin ich in erster Linie ratlos gewesen, auf dem Heimweg. Ich bin ein Wider. Und was für mich am schwierigsten zu vertragen ist, ist, wenn es kein Brett oder keine Wand da ist, wo ich darauf zu rennen kann, um zu schauen, ob ich durchkomme oder nicht. Stell dir doch mal ein Wider in der Sierra Nevada, auf einer Hochebene, wo weit und breit nichts zu sehen ist, als sanfte Hügelzüge, kein Haag, kein Zaun, erst recht kein Haus. Nichts als nieders Gebüsch, das sich von der Sonne duckt und Wurzeln nach ein bisschen Wasser streckt, das es hoffentlich weiter unten noch ein bisschen hat. Kein Lüftchen ist gegangen, als ich für eine Pause nebenher rausgefahren bin. Kein Laut, nicht einmal mehr das Brummen von Autos, hat man gehört, abseits der Autobahn. Nichts als Weite und Ruhe. Wie benommen bin ich neben meinem Wohnmobil gestanden und auf einmal ist es mir gewesen, wie wenn die Leere um mich herum ein Spiegel von meinem Inneren wäre. Es hat auf einmal keine Grenze mehr gegeben zwischen innen und aussen. Es war alles eins. Es hat sich alles aufgelöst. Da war kein Schicksal mehr, das mich früher geführt hat. Und es hat keines mehr gegeben, wo man in einer möglichen Zukunft gewinkt hat. Es ist nichts mehr gewesen als jetzt. Kein Gestern mehr, kein Morgen. Das Gefühl von einer unendlichen Freiheit ist immer aufgekommen. Eine Leere in meinem Kopf, die mich total erstaunt hat. Ich konnte denken, was ich wollte. Sogar wenn ich versucht habe, an Elias zu denken, ist nichts, aber auch gar nichts mehr passiert. Ausser, dass ich den Gedanken zur Kenntnis genommen habe und dann ist er wieder spurlos verschwunden. Wie manchmal habe ich mir gewünscht, diesen Zustand zu erreichen. Ich habe mir alle erdenkliche Mühe gegeben, an diesen Punkt zu kommen, an dem ich mich wieder frei fühle. Und jetzt ist es auf einmal passiert. Ohne, dass ich mir Mühe gegeben habe. Wie aus dem Nichts ist es nichts gekommen und hat den ganzen Raum eingenommen. Ich weiss nicht, wie lange ich in diesem Staunen neben meinem Wagen gestanden bin. Dann habe ich meinen Hunger wieder gemerkt und bin ganz benommen hinein, an den Kühlschrank zu schauen, was ich mir zu essen könnte machen. Ich habe in einer Seelenruhe etwas Feines gekocht, bin hergehekelt und habe mir schmücken lassen, habe abgewaschen, aufgeräumt und bin hinterher geliegen. Die Zeit ist stillgestanden. Ich habe mich absolut zu Hause gefühlt, bei mir selber, und hätte mir durchaus vorstellen können, für längere Zeit, einfach so in der Einsamkeit zu bleiben, und über diesen Gedanken bin ich eingeschlafen. Als ich verwacht bin, hat es ein leiser Wind durch die offene Tür geblasen und die Vorhänge an den kleinen Feister aufbläht. Es ist Leben in diese Stille gekommen. Mein Kopf war hell und klar und ich wusste, dass es noch über 1500 Kilometer vor mir liegt. Ich habe mir einen starken Kaffee gemacht, dann bin ich in der Steuer gesessen. Tatsächlich ist es genau drei Tage gegangen, bis ich zu Hause war. Es hat mir ein bisschen Angst gemacht, Elias wieder zu sehen. Ich habe nicht gewusst, was dann mit mir passiert. Die Vorstellung, wieder so total verwickelt zu werden in eine Beziehung mit ihm, war mir unangenehm. Und trotzdem hat mich der Wunsch, ihn zu sehen, nicht losgelassen. Ich bin zum ersten Mal nach Hause in meiner Wohnung. Sie hat mir nach wie vor gefallen, wie verrückt. Gerade weil ich so lange fort gewesen bin, hat sie mich noch viel schöner gedunkt, als vorher. Sie ist wirklich fertig, nach meinem Geschmack, eingerichtet gewesen. Und es hat weh getan zu wissen, dass ich in absehbarer Zeit hier raus muss. Zwar ist es noch fast drei Viertel Jahre gegangen, bis zum endgültigen Termin. Aber die Tatsache, dass das unausweichlich auf mich zukommt, hat gemacht, dass ich mich gar nicht mehr richtig niederlassen konnte. Ich habe gemerkt, dass ich eine Lösung finden muss, und zwar so schnell wie möglich, damit ich wieder neu mit Wurzeln schlagen kann. Die Begegnung mit Elias war eigenartig. Er hat sich offensichtlich ganz einfach gefreut, dass ich wieder da bin und ich habe mich fremd gefühlt. Es hat eine ganze Zeit gebraucht, bis ich ihm gegenüber wieder auftaut bin. Er hat sich alle Mühe gegeben und ist geduldig und liebevoll mit mir umgegangen. So lange, bis ich meine Vorbehalte fallen lassen habe, dann ist alles ganz schnell gegangen. Es war so eine grosse Vertrautheit zwischen uns, wie wenn zwischen denen gar nichts anderes gewesen wäre. Und die Geborgenheit, wo ich mich so danach gesehnt habe, hat sich fast augenblicklich wieder eingestellt. Es war alles wieder wie früher, intensiv und wunderschön und grundsätzlich unsicher. Weil mit beharrlicher Regelmässigkeit die Vorbehalte von Elias mich aus dieser Geborgenheit herausgerührt haben und ich mich wieder auf mich selber und mein Leben konzentrieren musste, wenn ich nicht ständig leiden wollte. Ich habe mir angefangen zu sagen, dass ja anscheinend jeder dieser Partner oder diese Partnerin hat, der dabei die Chance hat, zu lernen, was als nächsten Entwicklungsschritt dasteht. Und diese Beziehung hat mir die Chance, mehr als dass man lieb ist, zu geben. Ich musste lernen, mich auf mich selber zu besinnen, immer wieder auf mich selber zu hören, herauszufinden, was ich jetzt gerade in dieser Situation brauche, um mich bei mir selber wohl zu fühlen und zu geborgen. Ganz unabhängig davon, wie der Elias sich mir gegenüber verhält. Das Problem mit meiner Wohnung ist immer noch nicht gelöst gewesen. Nochmal loszuziehen und im Ausland nach einer Lebensgemeinschaft zu suchen, hat mich nicht angemacht. Die Beziehung mit dem Elias ist immer zu wichtig gewesen. In Wetziken gibt es eine Genossenschaft für Alterswohnungen und da habe ich mich angemeldet, bis es mir unmöglich geschont hat, eine günstige Wohnung in der Nähe des Elias zu finden, wo ich mit meiner Pension mir leisten konnte. Ich bin erst gerade pensioniert worden und musste mit der Hälfte auskommen, wo man früher zur Verfügung gestanden ist. Tatsächlich hat sich dann die Verwalterin von dieser Genossenschaft bei mir gemeldet. Es wurde jetzt gerade eine Einzimmerwohnung frei, weil der jetzige Bewohner überraschend ins Pflegeheim musste. Ob ich sie vielleicht auch nachschauen wollte. Ja, natürlich wollte ich. Und so bin ich dann zum abgemachten Zeitpunkt vor dieser Alterssiedlung gestanden. Ein riesiges Gebäude, diskret grau-beige, absolut rollstuhlgängig, mit Spitalbett-fähigen Lift und dementsprechend breiten Wohnungstüren. Es hat nach Desinfektionsmitteln geschmückt, wie in einem Krankenhaus. Die glänzig polierten Linoleum-Böden haben gequetscht unter den Gummisohlen. Und ich habe mich schon mit einem Rollator gesehen, in den Pyjama und den Filzpantoffeln, um das Quietschen zu verhindern, um den Lift zu schlurfen. Und mein Mut ist ohne Lift durch alle Böden runter bis in den Keller zu der Zentralheizung und dem Bloch-Maschinendepot abgesunken. Die Wohnung ist im obersten Stock gelegen. Ein langer Schlauch mit nur vorne an der schmalen Seite einer feisteren Front mit Balkontüren. Hinten beim Eingang musste man auch am Tag das Licht brennen lassen, wenn man nicht in der Dämmerung versinken wollte. Ich bin schnurstracks auf den Balkon und musste an die frische Luft. Da hat sich eine herrliche Aussicht über die Dächer von Wetziken aufgetaht. Ruhig und friedlich war es. Beide Kielentürme hat man gesehen ausgeragen. Die frische Weite stand im enormen Gegensatz zum Weg dahin. Ich habe mir vorgestellt, dass ich am Eingang die Luft anhalten müsste, den Arm für eine Strecke nicht schauen und schmücken, einfach durch bis hier auf dem Balkon, dann gehe ich dies schon. Und hier auf dem Balkon und am Feister könnte ich dann Maisli füttern und friedlich dabei alt werden und darauf warten, bis ich mich mit den Füssen voran rausrugelte und in den Keller ins Aufparungszimmer neben dem Blockmaschinendepot bis der Leichenwagen meine sterblichen Hüllen abholt. Irgendwie scheint das Naturgesetz zu sein, dass es eine Katastrophe braucht, damit sich etwas verändert. Das Wort sagt es ja eigentlich, weil es ursprünglich von griechischen Katastrophe abgeleitet ist, was so viel heisst wie Umkehr, Wendung. Und wenn man so anschaut, verliert es auch seinen Schrecken. Auf jeden Fall sind die Vorstellungen und Bilder, die mich bei der Besichtigung von dieser Alterssiedlung angekumpelt haben, katastrophal gewesen. Das heisst, von da an hat sich das Blatt gewendet und zwar ohne mein Bewusst dazutun. Die Lösung ist mir buchstäblich im Schlaf zugefallen. In einer der folgenden Nächte bin ich etwa am 2 Uhr aus einem unruhigen Schlaf aufgeschreckt und es ist mir durch den Kopf geschossen, dass ich einmal beim Elias Zuhaime eine langjährige Freundin von ihm getroffen hat, die gerade auf dem Vorbeiweg war, sich etwas Kleines zu essen gepostet und dachte, sie könnte doch beim Vorbeiweg auf einen Blitzbesuch kommen. So sind wir dann alle drei auf Elias im Balkon gesessen, zusammen etwas getrunken, sie hat ihr verzehrt und wir zwanglos miteinander geschwätzt. Kathrin war eine elegante Erscheinung selbstbewusste Frau mit schwarzen langen Haaren und lebigen dunkelbraunen Augen. In ihrem tadellos sitzenden Sommerkleid mit einer leuchtend farbigen blümelten Scherpen um die Schulter hat sie ausgesehen wie Blumen fe mit beiden Füssen auf dem Boden steht und durchaus auch rumstechen im Garten. Später habe ich erfahren, dass sie das Kleid sicher selber genäht hat, weil sie nicht nur Schneiderin ist, sondern gibt einen Nähkurs für Frauen, wo sie lehrt, Schnittmuster auf ihre eigene Figur anzupassen. Auf jeden Fall war sie mir sofort sympathisch und ihre offene, direkte Art hat mir gefallen. Elias hat mir nachher erzählt, dass sie auf einem wunderschönen Landgauf in den Hügel des alten Dockenburg wohnte und nach ihrer Scheidung von ihrem Mann, den sie zusammen den Hof bewirtschaftet hatte, jetzt Bett and Breakfast anbietet, weil sie das Land am Nachbarfuch kauft hatte. Das sei aber manchmal auch schwierig für sie, weil ganz allein gebe das unglaublich viel Arbeit und sie fühle sich da total an den Hof gebunden, können kaum in die Ferien. So hat jede Medaille ihre schwierige Seite. Er sei schon ein paar Mal bei ihr zu Besuch gewesen und finde es ausserordentlich eine schöne Wohnsituation, aber eben weit vom Schuss. Er könnte sich nicht vorstellen, so abgelegen zu wohnen. Aber ich schon ist es mir in der Nacht durch den Kopf geschossen. Möglicherweise wäre ich Katrin bereit, eines dieser Zimmer fest zu vermieten, wenn dann dafür noch jemand rum gewesen wäre, wenn sie ein Fernweh gepackt hat, das zum Haus geschaut. Gerade am nächsten Morgen habe ich Elias um die Telefonnummer von Katrin gefragt und ihn angerufen. Sie hat freudig überrascht reagiert auf meine Anfrage und gesagt, das sei jetzt schon noch eigenartig. Schon seit langem studiere sie daran nur, ob sie nicht lieber fest welche Zimmer vermieten und eine Wohngemeinschaft gründen. Und gerade gestern dachte sie , jetzt können sie eigentlich die Menschen melden, die etwas mit ihrer Welt aufziehen und jetzt läute ich ein. Das sei schon fast kein Zufall mehr. Doch habe ich gemeint, es heisst Zufall, das heisst, dass einem etwas zufall und habe mich gefreut, dass sie mich schon am nächsten Tag zu einem Besuch eingeladen hat. Damals hatte ich noch kein Auto, nur mein Wohnmobil. Und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist der Landhof nur schwierig zu erreichen. So bin ich dann kurz entschlossen in mein Wohnmobil gesessen, habe Acker Weiss in Müllerüthi eingegeben im GPS und bin losgefahren. Über Berenzwil nach Bauman runter, dann rechts das Döstal durch Ruf bis Steg. Es hat angefangen zu schneien und ich habe diese Strecke nicht gekannt. Bei Steg links auf die Hulfdeck rauf. Die Strasse wurde immer enger und leicht rutschig. Zwei so grosse Autos wie meines wären einfach nicht mehr aneinander vorbeikommen. Man hätte eine Ausweichstelle finden müssen, wenn das passiert wäre. Ich habe innerlich zum heiligen Christophorus bettet, er solle mich sicher als Ziel bringen, so wie seiner Zeit Jesu allein über den Jordan. Es hat geholfen. Aber für den Strassenzustand hat er sich nicht verantwortlich gezeigt. Hätte ich nicht Winter genommen und eine Antirutschschaltung an meinem Wohnmobil gehabt, wäre nicht raufkommen. In einer steilen Spitzkehre bin ich fast wieder hinten runtergerutscht und nur Zentimeter weiss füresche. Ich habe mir geschworen, bei der nächsten Möglichkeit umzukehren und den Besuch auf der Ackerweiss auf milder Wetter zu verschieben. Aber es gab auf dieser engen Strasse keine Möglichkeit das 6 Meter Gefährt zu wenden. Und so habe ich es dann halt weiter raufspulen lassen. Bis auf der Passhöche war. Dort hatte ich schon Platz zu kehren, aber ob ich zurück runterrutsche oder weiter vorwärts kam ich auch nicht mehr darauf an. So bin ich weiter getäusert. Glücklich in Müllerüthi angekommen, habe ich die Abzweigung gesucht für die Ackerweiss hoch. Noch ein schmaler Strass. Und der Heilig musste sich eine Anfrage gefallen lassen. Und er hat mitgemacht. Ohne ein einziges Gegenfahrzeug bin ich schlussendlich an meinem Ziel angekommen und da war die Strasse dann auch fertig, weil weiter es nicht mehr ging. schlussendlich habe den Motor abgestellt und sofort war ein Mucksmäusli still. Eine Stille, die man direkt gehört hat, so absolut war. schlussendlich war es ausgesehen wie in einem Winterkurort ausgesehen. Weit hinten haben die Wolken aufgerissen und ein Stück blauen Himmel hat durchgeschaut. Der Hof ist still und verträumt hier. Im Haus hat man einen Hund gehört bellen. Er hat mich, den neuen Gast, ankündigt und auf einmal kam eine aufgeregte, schwarz bepelzte Kugel zum Haus aus. Und hinterher Kathrin rief Rocko es ist schon gut, komm da hin, Rocko. Als er dann zögert und still stand , sah ich gesehen, dass es ein schwarzer Pudel ist. Ich habe ihm die Hand hingehoben und gesagt, er soll doch riechen Und er hat sich sofort beruhigt und ist neugierig und schüch näher gekommen. Dann hat er rechts und kehr gemacht und ist zu Kathrin zurück. Es hat sich alles vom ersten Moment an ganz selbstverständlich angefühlt. Wir haben zusammen in der warmen Wohnküche einen Tee getrunken und erzählten, warum wir hat mir Kathrins Haus gezeigt. Ich bin erstaunt über die Grösse der Zimmer. Von aussen wirkt es mit diesen vielen kleinen Feistern, wie wenn es drinnen Unzahlen winzige Zimmerchen hätte. Aber das Zimmer, wo ich dann später reingezogen bin, hat drei Feister an den Längsseiten und eins an den Schmalen. Aber so wie Zimmer noch nicht. Es hat mich berührt, mit wie viel Liebe und Respekt das mehr als 100 Jahre alte Haus renoviert ist. Im Parterre hat es ein WC, die gleichzeitig Wischküche ist. Eine grosse Wohnküche mit anschliessendem Wohnzimmer über die ganze Länge vom Haus, dann der Katrin ihres Zimmer und ein Anbau, der wie eine Mehrzwecksäle als Mahlatelier oder für grosse Fester oder sonstige Veranstaltungen gebraucht werden. Im ersten Stock hat es ein grosses Bad und drei grosse Zimmer. Dann geht es über eine schmale geschlossene Stege rauf im zweiten Stock mit einem kleinen Zimmer und einem grossen Dreibett Zimmer das aber so nieder ist dass man sofort auf die Idee kommt das sei ein Kinderzimmer Nochmal offene Stege rauf und man kommt auf eine kleine Galerie wo es links und rechts unter dem Dach je ein freundliches helles Dachzimmer mit grossen Dach fester hat wie gesagt alles respektvoll renoviert ganz solides Handwerk wo das einbezieht wo da ist die Dachkonstruktion die Stützbanken geben dem Ganzen einen rustikalen Charme der oberen Bereich ist mit einem eigenen Bad und der Möglichkeit ein kleines Kücheli einzubauen und gegen unten mit dieser geschlossenen Stege wie eine eigene Wohnung dann sind wir vorausen neben dem Haus hat es eine grosse Schüre mit einem nicht benutzten Stall eine grosse Einstellhalle die neben dem Auto von Katrin Spiel noch mein Wohnmobil Platz hat das hat mich besonders gefreut dass es für mein geliebter Wohnmobil auch ein Platz steht am Scherben steht gegen hinten hat es eine überdachte Remise wo drei lange Festtische mit Bänken gestanden sind ein grosser Kiesplatz mit einer alte ehrwürdigen riesigen Linde und einer Feuerstelle die direkt eingeladen hat ein Sommerfest zu feiern ein kleiner als Biotop gestalteter Teich hat die Idylle noch abgerundet und dahinter ein Bungert mit Obstbäumen Ein kleines Häuschen stand hier auch noch Hühnerstall und den Vorraum konnte man als Bar oder zusätzlichen Essraum brauchen sogar ein Holzöffel hatte es drin für wenn kühler kühler wird gegen den Herbst zu Es war wie im Wunschtraum Die sechs Hühner kam sofort zu schauen ob es etwas zu picken gab wo wir auftaucht sind und der Hund Roco hat schon angefangen meine Nähe zu suchen und wo wir sind hat sich der Hauskater am Remo noch angeschlossen Alles in mir hat gesagt ganz ohne Vorbehalt Nicht einmal der weite Weg über die Hälfte Ecke wenn ich zum Elias wollte hat mich abhalten und Katrin ist es glaube gleich gegangen es hat sich alles wie schon gesagt so selbstverständlich angefühlt wie wenn es so vorgesehen gewesen wäre und so haben wir abgemacht dass ich bald mal für ein paar Tage raufkomme die Brot bewohne Ich habe mir das Zimmer über den Eingang im ersten Stock ausgelesen das höchste ist und ich aufrecht mit meinen 1,92 unter den Balken durchkommen ohne mich zu bücken Elias reagierte mit zurückhaltung auf meinen Enthusiasmus reagiert dann gesiehen wir uns nicht mehr so häufig hat er gemeint wenn er arbeiten und die Kinder bei ihm sagen sage ich nicht dass er auf Dacker Weis raufkommt die hat er gemeint und damit ein heikels Thema in unserer Beziehung angeschnitten Andererseits sei es auch so dass er es begreife dass ich lieber nicht alleine wohnen Der Gedanke dass ich alleine in meiner Wohnung sitze und darauf warte dass er für mich Zeit habe sei für ihn auch unangenehm und setze ihn unter Druck und gebe das Gefühl von Enge Ja das ist wahr ich bin halt einfach mal ein Mensch der gerne unter Menschen ist Ich habe zwar gelernt auch für mich allein ausführlich und fein zu kochen und manchmal habe ich es auch genossen allein am Tisch zu sitzen und schwiegend zu essen aber es hat doch viel mehr Spass gemacht gehen posten und in die Küche zu stehen wenn nachher am Tisch das und so hat das erste Wochenende auf der Ackerweise auch angefangen Kathrin hatte drei Nehfrauen über das Wochenende und ich bin in der Küche gestanden und habe meine Troffees das sind spezielle Teigwaren aus dem Trentino mit einer herrlichen Tomatenrahmsauce gemacht eine Herdöpfelweier und andere Herrlichkeiten bin auf einmal da gewesen wo ich wollte wo ich mit dem Wohnmobil auf der Suche nach einer Lebensgemeinschaft war in der Küche einer Gemeinschaft die offensichtlich genossen hat dass es durch das ganze Haus nach feinen Sachen geduftet hat und sie nur noch hinsitzen und geniessen und die Küche noch sauberer war als vorher An diesem Wochenende war für uns beide klar Kathrin hat gesagt das fühle sich gut an und die Frauen haben sich überschlagen von Komplimenten wie gut sie bewirtet wurden zu sagen ich habe mich wohl gefühlt bin mir voll und ganz akzeptiert und wertgeschätzt vorkommen und so haben den Entschluss gefasst ich komme hier hoch wohnen ich ich gedacht dass das für die beziehung mit Elias auch gut sei zwar habe ich aufpassen dass ich nicht in Angst stelle beim Gedanken Elias immer wieder über mehrere Tage nicht zu sehen und allein schlafen ohne dass er sich an meinen Rücken kuschelt habe aber gemerkt dass gerade das mein nächster Lehrplätze ist wo ich so unter schon gerade idealen Voraussetzungen in Angriff nehmen also bin ich ins kalt Wasser gekumpelt in der Hoffnung ich gewöhne mich dann schon daran und schlussendlich sei es Schwimmen wie ein Fisch im Wasser ja auch ein herrliches Gefühl von Frische und Freiheit Katrin und ich haben zusammen angefangen zu fantasieren was für Leute dann noch in unsere Gemeinschaft passen und haben gemerkt dass wir auch da ähnliche Vorstellungen haben am liebsten ein junges Bärchen mit Kind so dass es richtige Mehrgenerationen WG gäbe haben wir uns beide gewünscht und mit dieser Aussicht habe ich langsam angefangen auf Dacker Weis hoch zu zügeln haben ein kleines Allrad Antriebs Auto gekauft damit ich auch im Winter sicher über die Hulfdeck komme und Schachtel um Schachtel mein Haushalt verschoben bis dann nur noch die Möbel übrig waren sind wo in einen grossen Zügel wagen gepasst haben und in einem Ruck Zuck da waren jetzt habe meine Welt wieder gehabt in diesem hellen hübschen Zimmer über dem Eingang habe alles in meinem Geschmack einrichten und mich sofort zu heim gefühlt es hat übrigens gestimmt die Beziehung zu Elias ist in dem Mass besser geworden wie ich mich in der Zeit ohne ihn auf der Acker Wiese wohl und geborgen gefühlt haben die flexible Nähe und Distanz tut uns gut und in der letzten Zeit ist er immer häufiger da oben weil er hat von Katrin ein schönes Stück Land überkamen zum Gärtner das kann er in seiner Eigentumswohnung nicht ausserdem hat er aus eigenen Initiativen Solaranlage aufs Schuertach gebot und das mit viel Hirnschmalz Herzblut und geschickten Händen mit unglaublicher Ausdauer und einem starken Willen die bringt übers ganze Jahr gesehen im Schnitt so viel Elektrizität wie wir etwa verbrauchen und wie das am Ende einer märlihaften Geschichte so üblich ist höre ich jetzt da mit meiner Biografie auf mit dem Satz und so haben sie glücklich und zufrieden gelebt und wenn sie nicht gestorben sind dann leben sie heute noch was auf jeden Fall für den zweiten Teil dieser Umstage stimmt wenn wir nicht gestorben sind leben wir heute noch und zufrieden und glücklich betrifft ist es schon hoch griffen so ist das Leben nicht gedacht aber ich habe gelernt zu vertrauen weil es auf jeden Fall immer besser rausgekommen als das ich erwartet habe ich hätte mir an keinen Punkt von meinem Leben vorstellen was nachher tatsächlich eintroffen ist und vor allem alles Schlimme was ich immer wieder befürchtet habe ist praktisch nie eintroffen die Veränderungen sind immer anders passiert als das ich befürchtet habe und dafür bin ich unendlich dankbar dankbar für alles was gewesen ist und voller Vertrauen und Neugiering was echt noch alles auf mich zukommt mir zu fällt per Zufall ich habe aufgehört mir vor der Zukunft ein Bild zu machen will nichts einschränken weil wahrscheinlich ist es ja noch viel schöner als das ich mir vorstellen